Hallo, ich bin Fabio und ich bin Chucky. Wir stehen hier vor dem Lageso in Berlin. Ihr habt alle vermutlich von den chaotischen Zuständen bei der Registration von Refugees mitbekommen. Wir fliegen morgen nach Lesbos auf Griechenland, um dort mit den Menschen zu sprechen und uns über die Situation vor Ort zu informieren. Danach geht es aller Voraussicht nach weiter nach Mazedonien, nach Serbien und nach Ungarn. Wir werden über unsere Reise auf unserem YouTube-Kanal und über die Webseite n64.mcc informieren. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr das in die Kommentare schreiben oder uns eine Mail schicken. Die Mailadressen stehen im Text zum Video.